Ab sofort ist diese hier angebotene Einzimmermietwohnung bezugsfrei. Die neue Wohnung liegt in Leipzig. 1998 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 37 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 320 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017